so wie ihr seht ich wurde schon wieder geschenkt erstmal grüße gehen raus vielen vielen dank bar bossa 09 beziehungsweise moritz du hast es geschafft mein ton geht noch nicht mal an von fort und trotzdem ist das geschenk schon da vielen dank auch gott wie so bescheuert warum schenkst du mir einen puschel vielen vielen dank vielen dank grüße gehen raus und ihr denkt daran ihr wisst ja wieso habe ich denn überhaupt kein ton hat kein bock auf mich oder was oder ist fort bei dem abgeschmiert dann erst mal privat auf jeden fall vielen vielen dank noch mal so ihr seht ich bin 99 ich werde mich jetzt noch hinsetzen wert noch ganz entspannt auf level 100 machen aber grüße gehen raus an jeden einzelnen der mich bis jetzt geschenkt beschenkt hat und moritz wie gesagt vielen 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 herzlichen dank und haut rein